Herzlich Willkommen bei Fortnite. Nochmal neue Folgen vor dem Finale. Ihr seht den Countdown hier. Sind's noch drei Tage. Ich bin The Rock und an meiner Seite ist The Rock. Hallo zusammen. Das ist unfassbar. Das ist super krass, echt. Rock und Rock in einem Universum. Wie kann es das nur geben? Rock and Roll, Baby. Ja, wir spielen Null Bauern wieder. Normal. Da haben wir uns schon jetzt sehr mit angefreundet, muss man sagen. Na, das stimmt. Man muss echt sagen... Okay, er übertreibt halt wieder komplett, ja. Hä, wieso? Ist das The Rock? Ja, klar. Wie wenn der das kann? Ja, na. Ist klar. Das macht dich voll platt. Ja, natürlich kann Rock das. Jetzt geht's aber los hier. Rock, der, 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 der macht doch nur dessen ganzen Tag. Sonst nix. Das ist doch gar nicht so. Ja, das ist sicher so. Der sieht nur so aus. Der post auch ein bisschen. Ja. Es sieht nur so aus. Ja, richtig. Hat er sich mit einer Luftpumpe aufgepumpt. Das ist alles nur heiße Luft. Es ist ein heißer Stein. Was ist das denn? Oh Mann. Wenn er schwitzt, dann ist es quasi nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Okay. Jetzt geht's hoffentlich weiter. Ja, auf jeden Fall ist Bauen zu toxisch. Hirnschutz? Was ist jetzt passiert? Rock ist schon zu hart für meinen PC einfach. Krass. Das war einfach auch zu krass jetzt. Ich weiß nicht, was das ist. Was war das für eine Meldung? Was willst du? Okay, irgendwas wurde daran gehindert, einen Arbeitsspeicher auszufüllen. Okay, keine Ahnung, was weiß ich. Voll seltsam. The Rock hackt sich irgendwo rein. Das ist auch nicht, was das ist. Das ist ja wurscht. Let's go. Wie? Ja, ja. Hupsi. Okay. Es ruckselt, schmuckselt, aber es ist das Game. Dicke Wumme 01 ist dabei. Das ist wieder so ein Scheiß. Nee, Moment mal. Nee, Moment mal. Wenn gerade die Meldung war, bla bla, irgendwas hat Arbeitsspeicher blockiert. Und wenn ich hier meine Aufnahme gerade sehe, die richtig rumspackt. Ich glaube, Windows hat gerade was Wichtiges für meine Aufnahme blockiert. Für OBS. Ach, Schaman. Ich glaube, Windows ist wieder behindert. Oh nein. Ja, ja, doch. Tatsächlich. Das ruckelt hier rum wie eine Arschfalte. Ach, Scheiße. Oh mein Gott, Windows ist so dumm einfach. Na, großartig. Echt. Oh mein Gott, warum blockierst du denn? Geht's noch? Warum? Warum einfach auch nur? Du, 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 du. Warum? Mach dir hier zu. Lass ihn noch mal. Ja, 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 ja. Mach einfach. Ich will das jetzt meinen... Hier. Shut up. Das ist besser. Hat er sich gefangen? Es ist ein bisschen besser, aber es tut jetzt wieder ein bisschen rummuchseln. Mann, jetzt ist halt mein PC kacke. Willst du mich verarschen? Windows halt, ne? Ja, ich kenn das. Windows macht das solch eine Späßchen. Man macht irgendwas und plötzlich fährt er runter und dann so, ja, Windows Update, bla 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 bla. Das auch. Das ist einfach, ja. Das ist völlig willkürlich einfach, dass der einfach bis plötzlich blockiert. Warum auch immer. Das ergibt ja keinen Sinn. Hey, hallo, ich bin The Rock. Kannst du dies mal lassen? Eine Waffe. Aber du hast ihn ja schon erledigt. Der Loot Trooper, aha. Nee, ja, äh. Scheiße, echt. Was passiert hier? Das nervt mich jetzt, aber vollgas. Gestern war ja alles super. Extra hat es schon mal so eingestellt und alles hat total toll funktioniert. Und jetzt heute und alles ist es wieder für den Arsch. Ja, scheiße. Wie ist das BattleEye Service? Was? Wait, what? BattleEye ist das Anti-Cheat-System von Fortnite. Das hat mein Windows plötzlich blockiert. Willst du mich verarschen? Hä? Er hat den Prozess? Den Arbeitsspeicherprozess für BattleEye das Anti-Cheat-System von Fortnite blockiert. Wenn es richtig scheiße läuft und das System von Epic bekommt es mit, könnte ich gebannt werden halt einfach. Weil du darfst ja kein Anti-Cheat-System umgehen. Nur weil wenn du das jetzt einfach dumm bist. Was soll das? Hä? Was ist das denn jetzt? Warum passiert das plötzlich? Ich weiß es nicht. Das hatte ich ja auch noch nie einfach. Was ist das denn für ein Bullshit jetzt? Warum fängt dann jetzt mit dem Schmarrn da plötzlich an? Das ist wirklich so. Das gibt es nicht. Es gibt es nicht. Also. Kannst dir auch gar nicht ausdenken, so eine Scheiße. Okay. Na gut. Jetzt müssen wir da durch bei der Folge. Es tut mir leid, falls das jetzt rumspackt. Ich guck bei der nächsten Folge nochmal ein bisschen und es tut mir leid, wenn es jetzt hier rumruckelt. Wir machen es ja trotzdem. Wird trotzdem hoffentlich lustig. Zack. Na? Und weg mit dir. Läule, eine P90. Nen Gold. Ich dreh jetzt schon wieder durch. So, ich muss ja erstmal, jetzt muss ich erstmal auf die Runde achten, was hier alles passiert. Und vor allem, was ist denn das hier für ein Spackenkack? So. Jetzt da. Schon besser. Also Leute. Dann kann es jetzt wieder losgehen. Manchmal läuft es flüssig. Manchmal ist es auch egal. Ich wollte irgendeine tägliche machen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Zerstöre Toiletten. Wo sind wir überhaupt? Da sind wir. Okay. Dann mache ich jetzt Zerstöre Toiletten oder Badewannen. Das wäre ganz witzig. Meine Phrasey. Echt. Aber Windows echt. Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ein Anti-Cheat-System. Das supporte ich nicht. Ich tue jetzt den Prozess auf jeden Fall. Ich tue jetzt den Prozess auf jeden Fall. Rock ist einfach zu mächtig gerade. Das ist das Problem. Das zahubt mir hier alles. Das ist so. So, nee. Dann mache ich doch das mit dem Luftschlag jetzt. Jetzt habe ich gerade welche gefunden. Ja. Mach das. Ja, gut. Okay. Ein Waldspaziergang. Yeah. Durch den Wald. Oh ja. Hier warten. Schwamm. Mal auf mich. Ich bin hier richtig krass. Yeah. Weiß auch nicht. Gibt es dir gut, oder? Ja, ja. Wenn Rock Schwammerl sieht, dann ist der so drauf. Gut. Nationalpark. Von was? Mit was? Wegen was? Was für ein Nationalpark? Das Auto. Verstehe ich nicht. Was ist hier los? B-B-B. Hey, was ist das? Das ist ja krass. Ba, 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 ba. Na, das wollte ich gar nicht. Könntest du mal den Auftrag verfolgen. Danke. B-B-B. Juhu! Grüezi Mieternont! Grüezi. Was? Der Rock und der Rock. Erobern die Welt. Gewählt. Wie ist ihnen gefehlt? Erobern sie die Welt. Lege Distanz zurück, habe ich gemacht. Das ist ja toll. Da unten wird geschickt. Komm, da gehen wir hin, oder? Wir sind doch diese Rocks. Ist ja keine Toilettis. Na gut. Wie? Also ich mach's eh... Nächste Runde oder so. Du machst das nächste Runde. Ja, gehst halt einfach... Nächste Runde auf Toilette. Das ist ja kein Problem. Eben. Ist okay. Wir müssen den jetzt erstmal im Rockzipfel kleben. Okay. Genau. Der kommt da rein. Perfekt. Sehr schön. Das hast du ja super gemacht. Gibt dann auch irgendjemand? Ach so, ja. Okay, dann. Wieso, hier sind schon noch genug. Mhm. Okay, was ist hier los? Okay, dort ist ein Häschen. Oh Leute, jetzt gibt's hier Stress. Boah, alter krass. Was geht? Das sah sehr cool aus alles. Wer will da noch was? Da hinten. Musst du das machen? Hast du irgendeine Mission? Oder was? Wie geil. Ich höre dich. Wie? Hä? Also kann ich drauf schießen, oder? Ja, ja, kann ich das machen. Okay. Aber das noch wär... Guck mal wie viele hier sind, ey. Was ist los? Der Marathon-Walker. Du hast den Marathon-Walker zu nass. Oi. Der Prof ist los. Ja, das war sie. Upsi, das wollte ich gar nicht. Nette Waffen, aber die will ich eigentlich alle nicht. Nee. Nee. Oder? Doch. Komm. Wollen wir so? Oder? Nee, komm, ich nehm das damit. Echt so. Softpacks sind doch viel logischer. Die sind viel schneller. Und wir können uns zusammen damit heilen und so. Das ist doch viel cooler. Mhm. Vielleicht finden wir ja sogar noch mehr und so. Yeah. Hä? Hä? Raketenwerfer. Hm. Nee, nee. Ein Nee-Nee. Das ist Ruckel-Geschichten, ey. Weiß nicht, Mann. Okay. Steps schon wieder hier bei mir. Da vorne. Okay. Im Häusli. Na, wo bist du denn? Na, wo bist du denn? Ich werd dich finden. Da bist du ja. 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 Es ist ein Spiel. Ich bin der Rock. Zepp. Irgendwo, ja. Da kommen sie wieder alle. Da kommen sie wieder alle aus dem Schulhof. Echt so Was ein schöner Tag Sind noch nicht ganz durch, oder? Ne, da ist irgendwo noch jemand, glaube ich Irgendwer will da mal was machen Na mal ein bisschen einkaufen gehen Hey Rock, willst du mit Rock im Einkaufswagen fahren? Wie schaut das eigentlich aus? Wenn ich das so mache, guck mal Wie ist das so? Äh, das ist wie ein Klumpen Ein Klumpen? Na echt so, das sieht irgendwie nicht gut aus Das ist wie ein Klumpen Das ist halt der Klumpenwagen Weiß nicht Das sieht eh aus wie so ein Haufen voller Müll, weißt du? Das ist wie ein Fude einfach Mhm Oh oh Oh, jetzt wird's aber hässlich, wa? Nicht eben so gut Ne, jetzt wird's hässlich Mietzies überall Gibt's Mietzies, die man essen kann Mann! Nein, keine Mietzies Die sollen wir noch nicht essen Scheiße Oh man, Leute Echt Es war hier leider so gut Und dann war's Waren da solche Wie heißen die? Smaruigofra Ja, was ist das auch für ein Name schon? Scheiße, echt Ja, gut War aber super lustig hier Das ist so Dann würde ich mal die Folge beenden Das ist vielleicht auch gar nicht so dumm Wenn die 16 Minuten geht Umso kürzer, umso besser Kann ich noch mal gucken Was hier los ist mit Technik Scheißhaufen Echt so, echt so Na Tensen an Tensen Das war die Rock Folge War sehr Also die war Die war schon hart Stein hart In diesem Sinne Bye Bye Tschüss Bleibt hart aber fair Mhm Oder kauft euch einen Stein und nennt ihn Gary Tschüss Das Das